peace leute was geht ab ich bin der raffer von eurem bros tv und heute machen wir wieder mal solar smash und zwar zu stelle wie heute im titel angesagt trappist 1 e leute diese oder besser gesagt 1 e dieser planet ist bewohnbar wie ihr seht aber hat viel viel weniger leute als die erde weil erstens ist der druck viel höher zweitens besteht das ding mehr aus landes wasser und fünftens viertens nein drittens meine es hat viel 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 weniger es hat die viel schlechtere sonnen platzierung von der platzierung herr leute da würde ich sagen wir haben hier wieder diese planeten am start ja dann würde ich sagen let's beginn mit dem schwarzen loch jetzt ist das ist etwas ganz normales so die auto noch ein bisschen anders aus ja nix ist der azoiden machen wir wieder auf vollkommen maximum so sagen so und go zack so sieht das ganze aus wenn es aufgetrocknet ist dieser planeten und ja dann haben wir diese die sind immer genau gleich effektiv wie also sie machen nicht besonders viel schaden und geht es von sie geht das macht sie machen fast kein schaden ich habe so viel geschossen und sagen kam was zu still es ist einfach gar nichts was hier so bis jetzt noch mal wunde kann dieser mond diese planeten wie sieht das auch in diesem mond auf diesem planeten scheppert let's go wir betreiben sie recht ich glaube so war das nicht geplant wie das aussieht so so ein anschluss noch eine krepp man immer direkt so leute ihr seht jetzt haben wir hier schön ein wieso habe ich jetzt das war eigentlich gar nicht geplant aber egal egal wir gehen jetzt von hinten durch so recht oh mein gott let's go ja die ed ist weg da kann man nicht so dann hier nehmen wir diesen leser hier warte man da kann man sich jawoll ich weiß ja wie groß sind soll wir nehmen mal diesmal nehmen wir schauen wie es passiert go ok leute ich würde sagen wir resetten den planeten let's go so das ist wieder uns bis zurück ist jetzt die erde ist ein bisschen hell dünnkast der planet ja er will ist die erde ist da der obere der ganz oben links und habe ich sicher wo diese orange kreis um ist es ist das was ich ausgewählt habe gut sollen zu stüren bringt zuerst mal diesen lesen so effektiv sind ganz normal oder mit den nippen hochstellen ich habe so aus so ok dann let's go go so tschüss also nicht mal dieser planet hat eine chance kann man natürlich auch denken leute so dann dieser atom welchen let's go go immer aus den tennis bellen no joke hey warte mal ich muss jetzt wirklich wissen was passiert die schweben in der mitte das liegt daran weil diese mittlere teil von der erd also von da bist ein see hat immer so einen magneten und das sorgt dafür dass ihr auch am boden stehen können wenn diese magnet nicht mehr mit dem wie auf dem mond oder auf den anderen planeten herum schweben so und alter ich mache gar nicht nach krank fühlen würde sagen wir sehen uns wenn es ist extrem eskaliert leute piece kann und ich habe schon so viel dass mein ding legt schaut doch das mal an es braucht richtig rum sieht ihr das es leckt alter es leckt übelst rum das ist so kein gefühl heute seid ihr ready zum sprengen nee komm wir wollen es wissen wir machen noch mehr so viel bis mein ding abschmiert leute ok leute es reicht jetzt es reicht mein händisch mit sonst abläuten würde ich sagen 3 2 1 ich bleibe still alter das hat sie gar nicht gemacht ok dann die aliens und das müssen wir schneller machen wir gehen in den inneren eckern die machen einfach gar nichts und ja dann der laser in den mittleren teil der erde go so tschüss das war's resetten so dann machen wir mal zuerst diesen tinten fisch damit man auch sieht was diese dinge wirklich macht go go die семigt extrem extrem crazy Oh, oh, oh! So, let's go! Die machen schon viel Schaden. Okay. Die Wirbel kommen mal diesmal erst jetzt. Und zwar so durch. Let's go! Okay, reicht's. Oh, mein Gott! Alter! Natürlich kann ich mir das nicht weiter. Wo machen die Presence? So, schauen wir mal, bis dieser ganze Planet voll mit Gesenken ist, Alter! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Wir machen so... Alter, ich habe gerade volle Stil, doch habt ihr das gehört? Wir machen gerade volle, bis mein Gerät, also mein Handy beginnt zu legen, okay? Dann nehmen wir einen Tannenbaum. Und schau, was passiert. Alter, ich habe noch nie so viele Geschenke auf einem Planeten. Ich glaube, das war bisher wirklich der Rekord. Ähm... Ähm... Dieser Geschenkberg berührt mein Ding fast. Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Schaut uns doch mal, die Flie... Ähm... Ich glaube, das sind ein bisschen zu viele Geschenke, würde ich mal sagen, Alter! Komm, wir empfehlen den ganzen Planet jetzt mit diesen Geschenken auf, okay? So machen wir es. So. Go, 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 go. Einfach weiter, einfach weiter, bis wirklich... Dieser ganzen Planeten... Okay, das reicht. Oh, mein Gott! Alter! Okay. Drei, zwei, eins. Ich sage wieder nichts, damit ihr das hört und seht. Go! Leute, was passiert? Oh, mein Gott! Alter! Oh, mein Gott! Was hier alles umkreist? Oh, mein Gott! Schaut doch das... Alter, seht ihr diese Dings blitzen? Okay, Leute, wir müssen nur die Säten. Gut. Weihnachtsbaum, Power, let's go! Ja, okay, das ist crazy. Und go! Okay, Leute, wenn... Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, Leute. Und ja, dann würde ich sagen, Peace! Peace!